Ah, SSG ist die Scout, gell? Ich hab die Scout gekauft, obwohl ich sie mir nur anschauen wollte! Awww! Warte! Ich kann dieses Spiel hier! Ich weiß nicht, ich war doch mal gut in dem! Das hat einfach schlimm grad eben! Treff nix! Ich mach nix! Na, ich kann dumm gucken! Ja, das ist doch wenigstens schon mal etwas! Oh, da ist ne Free AWP in Mitte unten! Oh, mach mal Smog, mach mal Smog! Ich hab's gerochen, ne? Und ich wollte ihn unbedingt flaschen, ne? Wird nie Force-Bine in solchen Games! Mach ich nicht! Wird noch nie über 2k in den Games! Ja, so, Safety-Spawn! Schon mal der Rados runter, bei den Boxen! Bei den Boxen rechts! Genau da! Ja, dahinter! Oh mein Gott! Ah! Da vorne! Was? Total worth it! Total worth it! Total worth it! Er hat halt einfach deinen Schatten gesehen, Mann! Das war total worth it, dass ich da verrenkt bin! Das war so worth it! Das war so, dass er nicht um... Ja, jetzt killt er mir auch noch den Stil! Äh, klar! Wir killt ihn auch noch den Stil! Wieso, was spielen wir denn? Damit spielen wir... Fuck, Piki bitte wieder! Weißt du die hier? Ja! Bitteschön! Ich bin jetzt ausgekauft! Hehehehe! Watch Hostages! Watch Hostages! The fuck! Matze, ich nehme dich als Hostage! Don, du bist schon wieder auf K! Don ist halt echt schon wieder auf K! Oh mein Gott! Wie ist das? Hahhesiehehe! Na, das ist eine Lüge! Step to the left, step to the right! Kalbati Solo, Kalbaser Papoy, ist Goli! Don, du musst eine Drop! Näh, du hast bestimmt noch genug Geld, oder? Don macht eine Drop! Du bist auch eine Autosniper! If you buy it and use it, I'll resist you. I swear to god. Don't use the button, please. Just disgusting. Let's do it. Oh, der tut's halt. Und wenn ich da raus bin. Dohne. Oh my god. You have a report for griffin, man. Yeah, you bought an autism, man. Let's report for milk. So what? It's gone in the fucking game. It's a noob gun. Oh, long. What? I believe. LOL. Oh my god. Worth it. Where is he? Please. Man, you're running away! Oh. You're running away. Du standest halt voll im Weg, weil ich hätt' dich abge... Keine Rücksichter verlustet. Haha. Ich hätt' dich so weggeschossen, man. Ja, ist voll okay. Ja, komm. Einer ist K. Einer ist K. Einer ist K. Einer ist K. He, ich hab' doch gecallt. Da ist einer K. Ich hab' gedacht, der wär' schon lange gedauern gewesen. Seine Maus ist weg. Seine Maus ist weg. Seine Maus ist weg. Ja. Sie hätte immer so awes sind, OMG. Im shooter cool, will francheee. Punkmas, aber wie? Ja. Ich raeeß dieses Ding. Ich schmeiße sie ins Fenster. Nein, Funkmas. Ne, 100 €, Mamba Tournament Edition Razors. Aber es wusste nicht mehr. Ja, ja? Ichaji haul das Ding so aus die Wett Woche und was soll. Ja. Es gab da Steep Tune, Beb. Rival der 100, alter. Du kannst nix we LEO's machen. Ja, aber ich wes zu was... Und dann klatsch ich die Runde halt auch noch, aber am Ende, in der letzten Sekunde beim Sparen hängst sie nochmal, das ist halt so, wenn sie stammen darf. Zwei Schuss. Zwei Schuss und er hat tatsächlich zwei Schuss. Ich hab eigentlich gemeint, dass er zwei Schuss braucht, um ihn umzubringen. Junge, ich hab Calls des Lebens. Kommst du aus Bayern? Ja, relativ. Ja, sag ich Bayern. Wir kommen alle aus der Oberpfalz. Wir alle drei. Werf mal her, Matze, werf mal her. Ja, wenn er will. Naja, er hat schon gesagt, er will. Sagt der Tierschenreiter was? Was, was, was? Sagt der Tierschenreiter was? Nein. Weiden? Alles unter 5000 sagt nur nix. Regensburg? Ja. Die Witz. Aber ist Regensburg in der Oberpfalz? Ja. Saugstoff in der Oberpfalz. Jetzt auf Tourne! Oh! War nicht drin! War nicht drin! Ich hab noch einer auf Hehmann. Push! Pupup, push! Pupup! Pupup, push! Ritual! Oh ja, jetzt hätt ich fast was weggeworfen! Ups! Der Pusht halt jede Runde und kriegt jede Runde und Kill. Ich hasse den! Ich hasse den! Dudes spielt halt mit P90! Ich verschieb' ihn auf A. Oder ne, ne, ich bleb' eh. oder ich kill dich einfach ist ja auch eine Möglichkeit, aber nee, lass mal nicht machen achso, der ist schon durchgepusht okay, bravo kann ich kick, bravo?